Lasst uns die Feindschaft endlich beenden. Meine Freunde zu lieben, fällt mir leicht. Meine Feinde dagegen, naja, weniger. Eine Feindschaft zu beenden, bedeutet einiges loszulassen. Wenn ich etwas Neues empfangen will, sollte ich auch bereit sein, dafür etwas loszulassen. Auch die Bibel ruft mich dazu auf, meine Feinde zu lieben. Das weiß ich doch. Dennoch stelle ich fest, es widerspricht meinem natürlichen Instinkt. Jesus spricht in Lukas Evangelium Kapitel 6, Vers 27 und 28 folgendes. Doch euch, die ihr mir wirklich zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch beleidigen. Oh, das erfordert aber Mut und Entschlossenheit und wie. Es gibt viele, die mutig sind, zumindest in ihren Gedanken. In ihren Taten sehen sie oft schon anders aus. Wir brauchen aber beides, richtige Gedanken und folgerichtige Taten. Wie oft höre ich Aussagen wie die folgenden. Ehe oder Sie sind für mich gestorben. Ehe oder Sie existieren für mich nicht. Nun, paradoxerweise nutzen sie jede sich bittende Gelegenheit, ihren Unmut über diese Menschen zu äußern. Also, die Menschen sind immer doch präsent, sind überhaupt nicht gestorben, sondern in jedem Gespräch sind sie anwesend. Also, für einen kurzen Moment werden sie also doch wieder lebendig. Warum? Weil sie sie nicht losgelassen haben. Meine Feindschaft, wer Feindschaft beendet hat, ist nicht mehr nötig, darüber zu sprechen. Unsere Beziehungen können zu Ende gehen, liebe Freunde, oder auch auslaufen. Einige Beziehungen können und sollen auch losgelassen werden oder mit Worten zu beschreiben, sterben, zu Ende gehen. Aber bitte nicht den Menschen. Sie sollen für uns nicht gestorben sein. Mir ist doch klar, dass schwierige Menschen mir immer wieder meinen Weg kreuzen werden. Nun liegt es an mir. Was mache ich also mit ihnen, mit diesen Menschen? Ich entscheide mich dafür und diese Entscheidung ist wirklich nicht leicht. Ich will ihnen mit Respekt und Verständnis begegnen. Warum? Was nutzt mir das? Welchen Nutzen habe ich dafür? Weil es für mich persönlich wohltuender und heilsam sein wird. Ich habe sie nicht immer bei mir zu Hause, auch im Schlafzimmer. Wenn ich schlafe, bin ich alleine ohne sie, denke nicht über sie. Oder weil ich sehr eigene Geschichten habe, so wie ich. Sie haben genau ihre Erfahrungen, unsere Geschichte. Und weil es gut für mich ist, ihre Erfahrungen nicht zu meinen zu machen. Ihr kennt bestimmt solche Geschichten, wo du Menschen nicht losgelassen hast und die nach Hause mitbringst. Im Bett, wenn du schläfst nachts, denkst du über sie. Die diskutierst du mit Abwesenden, statt zu schlafen. Deswegen ist es wichtig, die Feindschaft einfach im Herzen zu beenden. Zu Ende führen. Das ist Wohltuung für dich und für mich. Und manch eine sogenannte Flucht ist ein Anlauf für neue Wege. Von einigen Beziehungen muss ich flüchten, von einigen Menschen. Um einen neuen Einlauf zu nehmen, für was Neues, was für mich vorbereitet ist. So sagte man, Martin Luther King sagte folgendes. Liebe ist die einzige Kraft, die die Feinde in Freunde verwandeln kann. Viel Gnade dabei und Kraft, mir und dir. Das ist die nächste Woche. Also, wir sind hier. Amen.